hallo freunde der virtuellen realität schön dass wieder eingeschaltet habt ja heute gibt es noch mal ein gewinnspiel ich hatte schon lange keins mehr aber jetzt hat der entwickler mir noch mal zwei keys zur verfügung gestellt oder eher gesagt sind die in meinem spam ordner gelandet also der entwickler wollte mir die keys e geben ein für mich und ein für euch und ja dann habe ich bei twitter ihn noch mal angeschrieben habe da ein key bekommen und somit habe ich jetzt zwei keys zum verlosen und die möchte ich natürlich an euch weitergeben und ja da ihr mir sehr wichtig seid und ohne euch dieser kanal gar nicht existieren würde möchte ich die halt gerne verlosen und ich würde sagen wir machen das ganze bis dienstag und bis dienstag 16 uhr ist einsendeschluss schreibt einfach unter die kommentare ja ich möchte beim gewinnspiel teilnehmen und dann müsst ihr mir noch nennen wie der charakter heißt den wir spielen und das ist er ben den kennt ihr ja schon also der muss jetzt immer dabei sein und ja der hat mich vermisst weil ich war ja arbeiten und ja jetzt freute sich da ich wieder hier bin wie man sieht ne ja schauen wir mal ganz kurz auf die steam seite und können wir auch noch mal ganz kurz auf meinen auf meinen kanal dann gucken das spiel ist momentan noch im angebot für 11 euro 4 also 15 prozent runter normal kostet 12 99 und ich finde es echt ein cooles spiel also man man spielt eine andere person sage ich mal und hat die aus der vogel perspektive und kann die dann wirklich steuern und springen und so weiter das ganze hat auch be haptics support heißt man kann diese diese vibrationsweste benutzen und die wird auch vollständig vom spiel unterstützt also nativ schon und ist bei so einem spiel jetzt nicht so wichtig beim bei irgendeinem ego spiel wäre es besser aber war trotzdem cool wenn man eine leiter hoch geht oder so dann dann vibriert hier alles und man merkt halt was dann hat man ab und zu so mini rätsel die muss man selber lösen also wirklich in via hat man dann seine zwei hände und kann halt kleinere rätsel lösen das passt eigentlich ganz gut fand ich und ja ich habe ich glaube gucken wir mal ganz kurz eine stunde 39 minuten gestreamt und mir hat es gefallen also war mal komplett was anderes als als sonst die spiele nix mit großer gewalt oder so ja unterstützt werden die wolf index hat jetzt die wife und oculus rift also wmr werden offiziell nicht unterstützt kann ich leider auch nicht für euch testen weil ich keine wmr brille habe ich hätte ja gerne die g2 aber das habe ich schon öfters erwähnt das geht momentan nicht und ja leider gibt es keinen deutschen support untertiteln oder so ich habe den entwickler darauf angeschrieben und er hat mir geschrieben aktuell ist das nicht geplant aber die halten sich das echt vor und das ist ein early access titel hier und der sagte mir wenn die das spiel so weit ja fehlerfrei haben weiterentwickelt haben und final haben das wird irgendwann ende oktober sein glaube ich dann überlegen sie sich noch mal wenn sich natürlich gut verkauft dann auch deutscher untertitel anzubieten ist natürlich auch sehr viel arbeit und eventuell mit kosten verbunden wenn man es nicht selber übersetzen kann dann braucht man dafür natürlich auch hilfe ok ja hier ist mein stream und ja hier seht ihr auch ich habe meine meine behaptics weste angehabt oder nicht meine sondern andyman brs wie haptics weste also mir ist das leider auch momentan zu teuer deshalb bin ich echt froh dass der andyman mich da unterstützt und mir das teil zur verfügung gestellt hat danke noch mal dafür andyman also ein klasse typ der andyman und schade dass der kein youtube kanal mehr betreibt also er hat noch seinen kanal aber er ladet da erstmal nichts mehr neues hoch oder ladet ja leute ich verlinke euch natürlich rindler sowieso in die in die infoboxen hier oder gleich in die in die im abspann und dann bitte ich euch auch noch mal euch falcon age anzuschauen das habe ich jetzt für die quest gespielt und ja ist auch ein cooler quest titel der ja ist auch wieder was ganz anderes man hat man lernt einen kleinen falken kennen den man groß zieht und mit dem man dann aus dem gefängnis flieht und ja abenteuer erlebt sage ich mal der der vogel ist echt mega geil also ich habe manchmal echt gut geschmunzelt und ich werde das auf jeden fall auch noch ein bisschen weiter spielen denke ich mal ich weiß noch nicht ob ich davon videos mache oder einfach für mich das hängt darauf hängt davon ab wie das spiel jetzt ankommt und ob mal auch feedback in den kommentaren kommt ja spiel das weiter ich will das unbedingt sehen oder sonst was also ich habe schon mal so spielreihen gemacht und ja dann schaut es am ende niemand mehr und das nützt uns allen eigentlich nichts weil ich habe damit auch sehr viel arbeit und wenn es keiner guckt bringt es halt auch nichts also wenn ihr gerne so wirkliche fertige spielreihen sehen wollt schreibt mir einfach mal öfters in die kommentare dann weiß ich wenigstens was sie auch sehen möchtet so zum beispiel half life alex wilson's heart habe ich damals auch durchgespielt lone echo habe ich in englisch und in deutsch durchgespielt komplett auf meinem kanal auch also wenn ihr solche spielreihen auch gerne seht wie gesagt einfach in die kommentare und dann weiß ich wenigstens was so gewünscht ist ja also dienstag einsendeschluss für dieses gewinnspiel hier nennt mir einfach einmal den charakter den wir da spielen und zum anderen natürlich auch dass ihr gewinnen wollt dass ich er sehen kann oder lesen kann dass ihr auch wirklich gewinnen wollt mitmachen wollt bei dem gewinnspiel und ja ich schaue mal wie ich das gewinnspiel dann mache das werde ich dienstag sehr wahrscheinlich dann auch wieder live machen ob es jetzt wirkliche loszettel sind die ich wieder mache oder einfach einen comment picker nehme weiß ich noch nicht hängt davon ab wie viele leute da jetzt mitmachen also zwei steam keys und ja ich werde es auf keinen sozialen plattformen posten diesen dieses gewinnspiel hier weil das soll für meine jetzigen abonnenten sein sollen dankeschön an euch sein dass ihr mich so toll unterstützt und ja deshalb an meine jetzigen abonnenten natürlich wer dann mitmacht okay seid aber so fair und abonniert meinen kanal wenn ihr schon mitmacht wäre echt fair von euch und würde mich natürlich auch freuen und auch auch mir weiterhelfen und meinem kanal so ich hoffe der band ist jetzt gleich fertig hier hat seinen platz gefunden ich wünsche euch noch einen schönen tag ein schönes wochenende und ich denke mal wir sehen uns montag zu den vier news wieder und dienstag dann zur gewinnspiel auslosung bis dann ciao dass ihr nicht gonna ja 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 ja